Auf der linken Seite haben wir zwei Reihen mit richtig reichen Lucky Blöcken, aber auf der rechten Seite haben wir zwei Reihen mit super armen Lucky Blöcken für richtig arme Schlucker. Und wir werden jetzt heute das XXL Lucky Block Rennen machen mit meinen ganzen Freunden und mal schauen, wer die reichen Lucky Blöcke bekommt und wer die armen bekommt. Lea, bist du bereit? Natürlich bin ich bereit und ich bin sowas von überzeugt, dass ich natürlich die reiche Seite bekomme. Okay, das werden wir gleich sehen. Luke, bist du bereit? Natürlich bin ich bereit, aber ich bekomme auch die reiche Seite. Oh ja, das werde ich auf jeden Fall nicht hoffen, denn ich will die reiche Seite. Lili, bist du bereit? Okay, ich bin mehr als bereit. Ich bin viel reicher als du. Okay, dann würde ich sagen, lasst uns auslosen, wer welche Reihe bekommt. Bitte, wer ich reich, bitte wer ich reich. Ich würde sagen, ihr macht als erstes. Oder ich mache als erstes. Stopp, stopp, stopp. Okay, Leute, lasst einen Like da unten, ein Abo, damit ich die reiche Seite bekomme. Hier vorne haben wir ein paar Zettel drin. Und bitte, 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 Leute, drei, zwei, eins, Like abonnieren. Boom. Was habe ich bekommen? Bitte reich, bitte reich, bitte reich. Und? Und? Ich bin reich, Leute, let's go. Oh yeah, let's go, let's go, let's go. Und jetzt müsst ihr noch auslosen. Ähm, was, du bist reich? Haha, super, Freunde. Das heißt, ich bin schon mal auf der guten Seite. Okay, Freunde, mal schauen, was Lili das nächste rausbekommt. Und? Äh, äh, ich bin arm. He, 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 he. Haha, hab's genommen, Lili. Okay, Luke, was kriegst du? Äh, ich, ich mache jetzt auch arm. Hä? Äh, äh, ich bin auch arm. Warte, was? Nein, was? Nein. Okay, nee, das heißt, du bist auch reich. Du musst da gar nicht mehr draufdrücken. Du bist etwa auch reich. Oh, Mann. Okay, naja, ich würde sagen, let's go, lass uns sofort starten. Schnell öffnen, wir müssen als erstes beim Ziel sein. Na, 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 na. Was ist das denn? Oh, nein. Was ist das denn? Ein Villager? Alter, Leute, was kriegt... Äh, was hat die Leere davon bekommen? Junge, du wurdest von in der Pyramide eingesperrt. Haha. Oh, Mann, was drückt man... Guck mal, hier sind noch mehr Lucky Blöcke. Das ist voll cool. Und... Wow. Was hat Lea da bekommen? Alter. Alter, warte mal. Lea, hast du da so eine Axt bekommen, oder was? Eine Axt? Äh, oh, ah. Was ist passiert? Was geht da ab bei ihr, Leute? Alter, ähm, ich sehe da einfach nur eine riesige Axt und du bist da eingesperrt, oder was? Oh, no. Oh, no. Was macht ihr denn? Haha, auf der armen Seite sind überall auf der armen Schluckerseite so richtig viele Zombies. Ey, Luke, was kommt da raus? Kommt da irgendwas Gutes raus aus den Pups, Lucky Blöcken? Äh, nee, da kommt gar nichts Gutes raus. Äh, äh, einschicken. Das bringt dir gar nichts. Ey, aber besser... Das kannst du haben, okay, es bräuchten. Aber ich muss ehrlich sagen, schau mal, ich hab die rei... Aua, Hilfe! Ich hab die reiche Seite, aber schau mal, ich hab hier vorne nur einen einzigen Spongebob Schaumfock bekommen und mehr nicht. Aber egal, Leute. Ja, aber ich bin direkt explodiert am Anfang. Was? Als ob, Junge? Ah, ich sehe das Loch dort vorne. Was hat Lili dort hinten? Hä, bisher habe ich voll die guten Sachen bekommen. Schau mal, ich hab so einen Brunnen. Oh, yeah. Oh, hier sind ganz viele Endermans. Hilfe. Okay, warte. Einfach nicht angucken. Einfach nicht angucken. Okay, Leute. Ich muss den nächsten Lucky Block... Gas, Hand, you set, go. Ah, Hilfe! 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 Nein, 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 warte, was? Das sind Gas, viele Gas gespawnt. Kill the Gas. Ich hab nicht mal... Oh, warte mal, ich brauch einen Bogen. Ich brauch einen Bogen. Okay, komm, let's go. Ein Gas getötet. Komm schon. Egal, ich mach einfach weiter. So, zack. Zweiten Gas getötet. Ey, Alter, Leute, warum sind hier so viele Gas, Junge? Oh nein, ich hab einen Enderman aus Versehen, abgeschossen. Oh nein. Das war gar nicht gut. War keine gute Idee. Was? Ich hab einfach einen Bogen. Jo, ich hab einfach einen... Ich hab einfach hier... Lea, was hast du da bekommen? Was hast du da bekommen? Äh, ach, das ist irgendwie nur so eine Spitzhacke. Ich glaub, die ist voll klein. Ich glaub, die ist richtig groß. Du hast richtig krasse Items bekommen. Was? Alter. Hey, das ist unfair. Ich hab nur einen Chicken und einen Potato. Aber guck mal, meine Potato ist einfach die... Die... Die leuchtet, meine Kartoffel. Äh, stimmt. Ey, Lili, was hast du denn für eine Kartoffel da? Ey, aber schau mal, was ich bekommen hab. Ich hab... Äh, Hilfe! Guck mal, ich hab so schwarze Sterne bekommen, weil ich die ganzen Gas erledigt hab. Ey, warte mal. Lili, äh, Luke, hier. Bumm. Äh, aua, was ist das? Keine Ahnung. Nein. Oha. Alter, Luke, aber du hast auch voll die krassen Sachen. Ich hab was ausgedrungen. Ey, von, die haben alle krassere Sachen als ich. Ich muss jetzt... Au, Hilfe! Hä? Alter. Möchtest du mal draufdrücken, Leute? Was passiert da? Wow, 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 ah, 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 Hilfe! Äh, äh, aua, Leute, aua. Also bisher hab ich nicht so... Glück, bitte, reich, Lucky Blöcken. Junge, was geht hier ab, Alter? Was sind das für Typen? Die sch... Alter, die explodieren einfach... Ich hab Angst vor ihnen. Du musst aufpassen. Ich glaub, die Achse, die du dort siehst, die, äh, die ist hinter uns her. Wie, die Achse ist hinter uns her? Hä? Die Achse ist hinter uns her! Wie, die ist hinter... Warte mal, wie... Oh, nein. Die ist wirklich hinter uns her. Warum ist die zu mir gerade gerannt? Junge, was geht hier ab, Alter? Was ist denn hier los? Luke, Luke ist ja schon richtig weit und Lili auch. Nein, was ist hier los? Au, ja, ich werd sowas von gewinnen. Ey, Freunde, das wird doch so spannend. Schau, dass wir um hier bis zum Schluss mal schauen, wer dieses XXL-Level gewinnen wird. Ey, warum ist diese Achse... Warum... Kann ich die irgendwie runterschlagen? Ich hab die Achse runtergeschlagen. Let's go. Oh, was hab ich hier bekommen? Superhero Portion. Alter, die ist richtig gut. Schaut mal, Stärke und alles. Oh, das lass ich auf jeden Fall für später noch. Für den Kampf, Leute. Für den epischen Kampf. Was hab ich hier bekommen? Oh, kriegst Lucky Head? Kann ich mal einen Kopf anziehen? Okay, wie cool. Hey, warte mal. Der gibt ja voll die krassen Sachen. Einfach hier, äh, Blast Protection und Fire Protection. Das heißt, die Blaze können mir nix mehr anhaben. Ey, Leute, was geht da ab, Junge? Ich hör nur noch Explosionen. Hilfe! Hilfe! Wer schießt mich hier ab? Alter, was ist das? Alter, aua, das sind die Teile dort unten. Die sind ja richtig schlimm. Und was krieg ich raus? Ganz viele Sterne, let's go! Oh, das waren doch nicht meine Sterne. Die haben mich einfach in die Luft gesprengt. Junge, Junge, was geht hier ab, Alter? Lea, du hast ja nicht mal einen Lucky Block geöffnet. Was geht da ab? Nicht einen einzigen. Was sagst du bitte? Ah! Wie schwer das ist? Ja, Junge, was passiert hier, Leute? Ich werde hier die ganze Zeit umgebracht. Das ist so schwer. Das ist unnötig. Schau mal, was ich hier habe. Was hast du bekommen? Sieht ja merkwürdig aus. Hä? Du hast ein Kristall bekommen, aber was bringt der da? Ich glaube, der bringt gar nichts. Ey, Junge, gefiltert, man kriegt... Ja, ich kriege nur schlechte Sachen aus den reichen Lucky Block. Ich werde die ganze Zeit runtergeschubst. Oh, ich habe ein Endportal bekommen. Ein Endportal? Ja, dann geht er mal rein, dann kommst du nicht weiter. Ey, das wäre, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Nein, nein, ich habe jetzt nicht abgeschossen werden, Leute. Einfach durchrennen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nein, ich bin schon wieder mit. Alter, ich raste aus. Hilfe. Okay, Freunde, komm, wir müssen weiter, Mann, weil Luke ist schon viel. Oh, was geht hier ab, Junge? Ich raste aus, Alter. Ich raste aus, Leute. Das ist unmöglich gefühlt. Das ist unmöglich. Die ganzen Animals attackieren mich die ganze Zeit. Ey, Leute, ich kriege wirklich nur schlechte Sachen. Lea, hast du irgendwas... Lea, du hast hier schon eine ganze Rüstung gefühlt, hä? Was geht da ab? Äh, ja, aber ich glaube, ich habe eine Rakete ins Weltall geschickt. Yo, da ist wirklich eine Rakete da ganz oben. Haha. Ey, Lea, warte mal, du bist mir eine zu große Konkurrenz. Ciao, ciao. Ups, nicht gekochen. Warte mal, was wird das? Äh, zack, bumm. Ey, warte, ich komm zu dir rüber. Ey, nein, nein, ah. Warum fahre ich runter? Okay, Freunde, wir haben noch richtig viele Lucky Blöcke vor uns. Das heißt, wir müssen uns jetzt anstrengen. Bitte müssen... Ich habe was richtig bekommen. Jetboots. Alter, ich kann fliegen. Ich kann im Survivalence fliegen. Ey, wenn meine Freunde das sehen, die werden richtig ausrasten. Ich bin so OP, Leute. Eigentlich habe ich... Ja, okay, jetzt... Das ist übelst OP. Das ist... Das ist überhaupt nicht OP. Das ist überhaupt nicht OP. Bin ich jetzt wieder... Ich bin jetzt wieder blind, Alter. Ne, ich verschwinde einfach. Die sollen mich in Ruhe lassen, Leute. Diese Skelette sind so schrecklich. Ja, ich habe hier diese fliegenden Schuhen. Die sind so OP, Alter. Let's go. Wenn die wüssten. Warte mal, wir gehen mal rüber zu Lili und pranken die kurz, Leute. Okay, rüber da und... So, zack, zack, zack. Den nächsten Lucky Blöcke her. Ey, ich bekomme wirklich nur blöde Sachen. Die die ganze Zeit nur Ledersachen. Hä? Okay, was passt du denn da um? Äh, hallo, Lili. Was geht da ab? Ciao, ciao, Lili. Boom, nimm das, Junge. Ha, 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 ha. Ha, ha. Du machst dir einfach selber Scham, wenn du mich hittest. Siehst du das? Hä? Warte mal. Ey, du hast Dornen oder sowas drauf, oder? Okay, egal, Leute. Lasst uns weitermachen. Wir müssen schnell uns beeilen. Ey, ich muss diese Lucky Blöcke da weglassen, weil diese ganzen Skelette sonst mich abschließen. Ich habe Angst vor denen. Freunde, jetzt müssen wir uns richtig beeilen. So, die Skelette sind weg. Rüber da. Ich kann einfach fliegen. Das ist sowas von... Warum kriege ich die ganze schlechte Sachen? Habe ich irgendwie so Anlackenblöcke? Junge, das kann doch nicht sein. Ihr bekommt die ganze coole Sachen und ich bekomme hier irgendwelche Waffen, die mich jagen. Nee, ganz ehrlich, das reicht, Leute. Ich muss die irgendwie runterschubsen, diese ganzen Waffen. Ihr nehmt das, Junge. Bam, Alter. Runter da. Das sind irgendwelche unsichtbaren Monster, glaube ich, wahrscheinlich. Kommt weg da, weg da, weg da, weg da. Runter mit euch, runter mit euch. Kommt schon. Ich habe so Unglück, Leute, obwohl ich die reichen Lucky Blöcke habe. Okay, ihr wisst ja was? Ich öffne die einfach in der Luft. Nee. Der hat meine Rüstung geklaut. Ich habe gerade recht krass Rüstung geklaut. Willkommen aus dem Lucky Blöcke und der hat die einfach geklaut, dieses Monster hier. Du kleiner Fiesling, Junge. Ich wollte die Rüstung haben. Runter mit euch. So, zack. Okay, öffnen wir jetzt die nächsten Lucky Blöcke. Was habe ich denn hier bekommen? Ein Brunnen. Okay, mal schauen, was ich aus dem Brunnen bekomme, Leute. Wir öffnen. Wir schmeißen. Schau mal. Yo. Ah. Ey, was soll das? Oh nein, ich verbrenne. Ich verbrenne. Mach mal, du kannst fliegen. Ja, da klackere ich fliegen, Junge. Ich bin Profi. Oh nein. Also, ich glaube, gegen Luke und gegen Lily wird es nicht so ein schweres Duell. Aber gegen dich, du hast ja die richtig krassen Items, Alter. Was? Ja, natürlich. Ich bin auch die Beste von allen. Ey, das würde ich jetzt nicht sagen. Vertraue mir, Alter. Was ist das denn hier? Okay, warte mal. Ich esse das mal, Leute. Ich kann hier einfach den Cookie Stern essen. Ich esse das mal auf, Leute. Und bitte was Gutes. Oh yeah, jetzt habe ich keinen Hunger mehr. Sehr gut. Okay, was kriegen wir jetzt? Ich kriege die ganze schlechte Sand. Okay, einfach wegfliegen. Einfach wegfliegen, Junge, Leute. Kein Problem. So, zack. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Weg hier. Oh nein. Alter. Alter, war das knapp. Ey, zum Glück konnte ich fliegen, Junge. Sonst hätten diese ganzen Sterne mich erledigt. Alter, das ist so schlimm. Lea, ich bin schon weiter als du, ne? Ha, ha, ha. Ah, was geht ab, Junge? Warum bin ich eine Statue? Ha, ha, Papa, du Baby hoch ist einfach eine Statue. Okay, was macht hier vorne Lilly, Leute? Junge, Lilly ist wieder gestorben durch die ganzen Blazes, Alter. Was geht da ab, Freunde? Das ist so schlimm. Und die armen Reichenböcke, wir haben so einen Vorteil. Aber zum Glück habe ich die auch bekommen. Ultimate Shastblade Enchant. Okay, das ist eine Verzauberung. Das behalte ich auf jeden Fall, Leute. Das kriegen wir hier raus. Komm schon. Oh, nein. Alter, Hilfe. Wer willst du denn, Junge? Weg da. Bam, Alter. Runter mit dir. Dich nämlich hoffst, Alter. Du hast keine Chance. Oh, Alter, ein halbes Herz, Leute. Wow. Hä? Oh, mein. Äh, Ugris, schau dir das mal an. Junge, Lärm, warum bekommst du ganz so krassen Sachen? Ich habe einfach gar nichts aus dem Weichen Lucky Blöckchen. Was, Alter? Ey, die kriegt so krassen Sachen. Ich brauche auch so krasse Sachen. Hm, was bekomme ich denn hier raus? Oh, ich kriege nur schlechte Sachen aus dem Pupsi Lucky Blöckchen. Was bringt mir das alles? Ich habe nur eine Eins hier. Leder, was bringt mir das alles? Ja, bis Lassi, Lilly. Was bringt mir das? Haha, Junge, Lilly, du hast so Karma bekommen. Junge, du hast mich immer ausgedacht, weil ich kein Geld habe. Und jetzt hast du selber kein Geld. Und mal schauen, was wir als nächstes ändern. Okay, das können wir auf jeden Fall gebrauchen, um es fortzubewegen. Ey, Leute, wir brauchen bessere Sachen als Ler. Sie ist so eine große Konkurrenz. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Fick hier. Ich kriege die ganze Zeit so viele schlechte Sachen. Das ist so unfair. Okay, was kriege ich hier raus? Oh, Leute. No way. Ey, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Das ist so OP, glaube ich. Keine Ahnung, was es ist, aber das sieht so krass aus. Wer auch immer. Ey, Lea, schau, was ich habe. Schau, was ich habe, hä? Du kannst aufheben. Du kannst aufheben. Nein, ich habe nur einen Effekt. Na los, komm schon her. Jetzt kriege ich dich. Du kommst gar nicht runter. Ciao, ciao. Warte, was? Bleib oben. Tschüss. Ganz viel TNT. Alles da, sondern attacke ich dich eben so. Hey, hey, hey. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Sie ist einfach runtergefallen. Ciao, ciao, Lea. Was macht Lilly da? Lilly geht auf Leas Seite. Ich glaube, die will jetzt die Lackenböcke von Lea klauen. Was macht die da? Oh nein. Ey, warte mal, was willst du denn? Was macht denn der Lilly da? Lea, ich klaue jetzt alle deine Lackenblöcke. Ey, Lilly will jetzt einfach die Lackenblöcke klauen. Was geht da? Ey, Lilly. Oh ja, ich nehme aus. Der hast du es richtig gezeigt. Oh Mann, Lilly wollte die Lackenblöcke klauen. Und ich gehe lieber nicht die Lackenblöcke von Lea klauen. So passiert genau das, was gerade bei Lilly passiert ist. Leute, ich muss am Schluss gewinnen. Das heißt, wir machen jetzt weiter mit den Lackenblöcken. Ich muss alle Lackenblöcke öffnen bis zum Schluss, Leute. Da vorne ist schon das Ziel. Und gleich werden wir... Oh! Was ist gerade passiert? Alter, was soll das, Junge? Ich habe so viel Unglück, ne? Das ist so unfair. Ganz ehrlich, Leute. Egal, wir machen weiter. Wir machen weiter. Wir müssen am Schluss gewinnen. Mal schauen, wer das spannende Duell am Schluss gewinnt. Ich kriege die ganze Zeit wieder irgendwelche Monster, unsichtbare Monster, die mich attackieren. Ein Huhn ist nämlich attackiert sogar. Das ist ein Huhn, Leute, mit einer Axt, Alter. Das geht ab. Oh, die Jetboots. Hier, Leute, nehme ich mal mit. Das ist einfach, ähm, falls irgendwie, Leute, irgendwie meine einen Jetboots kaputt gehen, dann habe ich hier die zweiten. Gar nicht mal so schlecht. Mal schauen, was wir jetzt bekommen. Bitte was Gutes, Leute. Kommt schon, ihr habt doch alle ein Like da da lassen. Warum kriege ich nichts Gutes? Freunde, jetzt nochmal alle Hashtag 100% Glück in die Kommentare. Vielleicht habe ich dann richtig viel Glück, Leute. Kommt schon, Freunde, alle Hashtag 100% Glück. Vielleicht kriege ich dann richtig viele krassen Sachen. Junge, weg da! Ich muss mehr krassere Sachen als leer bekommen. Und dieses Monster will nicht runter. Runter mit dir! So, zack. Okay, Freunde, ihr habt jetzt alle in die Kommentare 100% Glück geschrieben. Das heißt, es müsste jetzt eigentlich funktionieren, Freunde. Mal schauen, was wir rausbekommen. Ach, das kommt doch eh nicht. Schreibt alle in minus 100% Glück. Ah! Okay, warte mal, jetzt kann ich mir meine Axt austesten. Und? Kommt schon her, komm her, Enderman. Was für minus 100% Glück? Nein, schreibt alle nur 100% Glück. Nun, das funktioniert natürlich, Alter. Ich zeige es dir. Okay, Freunde, der nächste Lucky Block wird so viel Glück geben. Ich sage es euch. Ich sage es euch, Alter. Enderman, komm her. Boom! Jo, die Axt ist richtig krass, Alter. Wie hart habe ich den gerade gelitten? Der hat einfach gebrannt dann. Okay, Freunde, ihr habt alle kommentiert. Dann würde ich sagen, lass uns beweisen, dass es geht. Es geht so krass Rüstung. Wir brauchen auch die. Wir brauchen die auch. Und? Kommt schon, bitte. Jo, es hat wirklich funktioniert. Wir hatten Glück. Wir haben einfach OP-Gold-Äpfel bekommen. Ey, das ist gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Das ist gar nicht mal so schlecht, dass wir unser Inventar hier ein bisschen zu teilen. Wir haben hier voll viele unnötige Sachen wie Emerald. Das brauchen wir eigentlich alles gar nicht. So, zack, das brauchen wir auch nicht. Blaze, Powder brauchen wir auch nicht. Ey, wir haben so viele dumme Sachen. Aber ganz ehrlich, ich brauche mehr Rüstung. Wir haben gar keine Rüstung, Leute. Bitte über Rüstung. Und, jo, direkt Rüstung bekommen. Es hat wirklich funktioniert, Leute. Als ich alle das in die Kommentare geschrieben habe, habe ich auf einmal richtig viel Glück bekommen. Hä? Warte mal, was kriege ich jetzt? Junge, ich habe nur noch Glück, Leute. Ihr seid die Besten. Alter, einfach Schatten. Das ist einfach ein richtig krasses Schwert und eine Axt auch, Leute. Aber ich habe hier etwas Krasses, glaube ich. Okay, bitte was Gutes jetzt. Es muss was Gutes sein. Und, Junge, ich kriege nur noch Glück, Leute. Ihr seid so krass, Alter. Was? Epic Lucky Boychen. Let's go. Hä, Lea, was machst du denn jetzt da hinten in dieser Box? Ey, ich bin in irgendeinem Labyrinth. Das ist ja mega cool. Den Schatz, dann kriegst du irgendwas Krasses wahrscheinlich. Hast du ihn gefunden, ja? Hier sind ganz, ganz viele Schätze. Und, oh, schade. Du hast ganz komplette Rüstung? Hä? Ja, natürlich. Ich bin sowas von krass jetzt. Ey, ich muss auch was Krasses bekommen. Junge, ich kriege bisher eigentlich nur gute Sachen. Aber, ey, es ist dein Ernst, Lea, was soll das denn, Alter? Hier, das, Junge. Aha, hast du davon. Hier, Boom, Junge. Bam, Alter. Passt auf, Lea. Was möchtest du damit bitte bewirken? Ich bin doch sowieso besser als du. Oh, nein, sie hat viel bessere Rüstung. Ey, Luke, Junge, wie geht es eigentlich dir, Alter? Hast du bisher Gutes an? Du hast ja noch nicht einmal ein Rüstungsteil. Du kriegst hier wahrscheinlich nur schlechte Sachen, oder? Bei einem armen Lucky Block. Ey, wir haben zu schießen, Luke. Alles klar, Mann, hier? Junge, chill mal. Ich kriege nur schlechte Sachen. Ich hasse dich, Uri. Ey, was soll denn? Ich kann doch nichts dafür, dass du schlecht hast. Du hast Goldäffel bekommen. Ey, das ist gar nicht mehr so schlecht. Das habe ich auch bekommen. Aber hast du so einen Uri-Pet-Bunny? Hast du auch so einen Hasen wie ich, Junge? Wahrscheinlich nicht, ne? Und hier, ich habe sogar einen Hund, Alter. Einen Babyhund. Keine Ahnung, was mir das bringen soll. Nicht krass zu sein. Weiter geht's, Leute. Und Lucky Villager. Hä? Was? Was hast du bekommen? Feen, schau mal. Feen? Hä? Wie? Du hast eine Feen bekommen. Das ist einfach ein Fairy, Leute. Ah, ey. Aber was soll das? Das ist nicht lustig. Das ist überhaupt nicht lustig. Hier, zack. Du musst mein Cookie wieder essen. Junge, Luke, du bist ja recht weit. Oh nein, Leute. Die holen alle auf. Ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Und kommt schon nächster Lucky Block. Hä? Was ist das denn? Ich glaube ganz ehrlich, am wenigsten Glück hat hier Lilly. Die ist ganz hinten. Doch, wie geht's dir, Lilly? Alles gut bei dir? Okay. Ich will nicht mehr arm sein. Ich krieg nur schlechte Sachen. Was ist das hier? Bitte sehr. Ich hab keinen Bock mehr. Äh, äh, äh. Pff. Haha. Warum geht mein Lilly ab? Oh, okay, klar, Leute. Ey, Lilly tut mir echt leid. Was hast du dir? Was hat dir da höhlen Schwert? Alter, Lea ist so eine große Konkurrenz. Ich muss den nächsten bekommen. Bitte. Bitte was Gutes. Lucky Sword. Okay, das ist gut. Alter, das ist safe. Krass. Warte mal. Kann ich damit jetzt die Lucky Block öffnen? Kriegen ich sage krasse Sachen? Hä? Find the Nether Star? Oh, da vorne ist er. Da vorne. Okay, warte mal. Ich muss den Nether Star. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn, Leute. Ist der Nether Star. Let's go, Leute. Ich hab den. Ich hab den. Ich hab den. Ich hab ihn gefunden, Freunde. Noch 10 Sekunden. Aber ich hab ihn schon gefunden, Junge. Easy. Ich hab den Nether Star gefunden. Und was krieg ich jetzt da durch, Leute, dass ich den gefunden hab? Was krieg ich jetzt da durch? Ich weiß nicht. Krieg ich irgendwas krasses vielleicht? Und? Komm schon. Hab ich irgendwas Gutes bekommen? Ich glaub, ich hab hier diese Astral-Sterne bekommen. Keine Ahnung, was die bringen. Es wird so spannend. Wir kämpfen gleich einfach. Wow, schau mal, wie weit ich schon bin. Oh, krieg ich lauf. Das ist gar keine Chance mehr. Oh, nein. Ich muss mir bein, Leute. Schnell, schnell, schnell. Was ist das denn hier? Ultimate. Ich hab einen Amboss bekommen. Okay, ein Amboss ist eigentlich ganz nützlich. Wollen wir mal schauen, ob wir hier vorne was verzaubern können. Und? Komm schon. Yo, let's go. Alter. Jetzt haben wir eine richtig, richtig krasse Schutzplatte, Leute. Wir haben die einfach mit dieser einen Verzauberung, die wir am Anfang bekommen haben, ausgerissen. Und der ist schon fast fertig. Oh, no. Und Luke ist auch schon fast fertig, Junge. Ah, Hilfe. Ey, Luke, deine Ghasts attackieren mich. Ready, Ghasts attackieren mich. Das sind nicht meine Ghasts. Oh, das sind meine Ghasts hier vorne. Junge, warum sind hier so viele Ghasts? Überall sind hier Ghasts, Leute. Komm schon, ich muss die alle zerstören. Dann kriege ich krasse Sachen, Freunde. Das hatte ich ja eben auch schon. Zack, zack, zack. Diesmal weiß ich ja, was ich zu tun, alle Leute, habe. Diesmal weiß ich, was du zu tun hast. Junge, ich fliege runter. Aber keine Sorge, ich kann fliegen, Leute. Zack, boom, nimm das. Hier vorne ist ein Ghast. Zehn Ghasts muss ich treffen. Komm schon. Noch eins, noch eins, noch eins, noch eins, noch eins, noch eins. Nein. Ja. Ich habe es geschafft. Es waren alle, oder? Boah, ich habe richtig viele von diesen Sternen bekommen. Ich glaube, die sind richtig gut. Die sind, glaube ich, richtig gut. Oh, Alter. Wer schießt mich hier ab? Alter, was wollt ihr, Junge? Ich bin OP, Alter. Nimm das hier, du blöde Ghast, Junge. Warum weg mit dir? Weg mit dir, Leute. Okay. Oh nein. Lea hat nur noch drei Lucky Blöcke, dann ist die fertig. Aber sie ist wieder hinten. Sie ist wahrscheinlich gerade gestorben. Hier, komm, schnell, Leute. Wir müssen weiter, Mann. Bitte, ich muss, dass du das jetzt bekommen, Leute. Bitte, 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 bitte. Lucky Päuschen wieder. Okay, das ist ganz gut. Aber ich brauche mehr Rüstung, Leute. Ich brauche mehr Rüstung. Okay, Lucky Boots nehme ich auch mit. Ich brauche mehr Rüstung, Freunde. Ich brauche unbedingt Rüstung. Okay, kriege ich irgendwas? Nein. Ich habe Unglück. Ich habe Unglück wieder. Ich habe wieder Unglück. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Oder mit dir. Oder mit dir. Bam, Alter. Haha, erledigt, Leute. Komm schon. Komm schon. Bitte, bitte, bitte. Ich habe Unglück, Leute. Das ist so irrenlos. Nein, mein Hund, mein Babyhund stirbt. Ey, nein. Was habt ihr getan? Was ist das denn? 100% Glück. Okay, ich habe einen richtig krassen Block bekommen mit 100% Glück. Junge, Lea, schau mal, was ich hier rausbekomme. Und bitte was Gutes, bitte was Gutes. Hä? Ist das, Schip? Was passiert da? Äh, warte mal, was passiert. Oh, was ist das? Ich habe ein Schiff bekommen. Hä, wie cool ist das denn? Wow. Moin, Leute. Ich habe hier irgendein Schiff. Ich muss es, glaube ich, öffnen. Okay, let's go. Rein da. Geh rein da. Okay, zack. Bam, erledigt, Alter. Easy. Hä? Was bekomme ich jetzt da durch, Leute? Bekomme ich irgendwas Gutes? Hallo? Ich bin hier in dem Schiff und ich habe keine Ahnung, was ich hier zu tun habe. Ich muss noch oben. Hier, ey, nimm das, Alter. Hier. Oha. Ich muss hier gegen so irgendwelche Bosse kämpfen. Was geht hier ab? Junge. Ey, Lea, wenn du das sehen würdest. Wenn du das sehen würdest. Die sind richtig krassen Bosse. Aber meine Schweine ist so krass. Schaut euch das mal an. Ich habe hier richtig viele krassen an. Let's go, Leute. Hier ist Essen drin. Essen habe ich gebraucht. Auf jeden Fall, Leute. Sehr gut. Ich erledige die alle. Kommt her. Yo, die sind gar nicht immer so schlecht. Aber... Oh, die haben eine Waffe. Die haben eine Waffe. Nimm das. Yo, let's go. Ich habe mir besiegt. Und hier ist bestimmt wieder was krasses. Und bist du da oben schön am Verlieren? Ne, nicht am Verlieren. Ich gewinne, Junge. Was war Verlieren, Junge? Ich würde niemals verlieren. Hä? Was redest du? So, let's go, Leute. Ey, Junge. Ich kriege gerade die krassesten Sachen. Ich habe hier sogar... Warte mal. Ich habe eine Kanone bekommen. Hä? Hast du eine Kanone? Bestimmt nicht, oder? Haha. Äh, was für eine Kanone? Das ist doch bestimmt eh blöd. Nein, was für ein Blöd. Das ist das Beste, was du bekommen konntest. Einfach eine Kanone habe ich bekommen. Let's go. Und hier, bam, Alter. Alle erledigt. Und... Kommt schon. Oh, das ist der Skeletal Boss. Oh nein, ich muss gegen ihn auch kämpfen, Freunde. Werde ich es schaffen? Kommt schon. Wenn ich gegen ihn schon gewinne. Oh nein. TNT. Nein, meine ganzen Items. Meine ganzen Items, Junge. Nimm das, Skeletal Boss. Bam. Alter, der macht gut Schaden. Der macht gut Schaden. Oh, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, Leute. Ich habe ihn besiegt. Let's go, Leute. Und da sind Goldäpfel. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Was kann ich hier noch mit... Mein Babyhund lebt noch. Let's go. Hier sind Diamanten. Diese Cookies kann ich auch mal essen, Leute. Oh, hä? Der möchte du putiert, Junge. Was geht jetzt ab? Freunde, dieses Schiff war auf jeden Fall nicht schlecht. Aber das Problem ist, meine ganzen Freunde sind schon fast fertig. Der hat nur noch einen Lucky Block. Und Lea hat auch nur noch einen Lucky Block. Oh nein, Luke. Ha, ich werde trotzdem gewinnen, auch wenn ich arm bin. Und ich bin auch schon fast fertig. Oh nein, Leute. Die sind schon alle fast in der Arena. Ich muss schnell machen. Oh nein, Endermans attackieren mich. Komm, weiter, weiter, weiter. Und... Ja! Oh, 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 oh. Von wo wurde er attackiert? Hey, lass mich... Nimm das, U-Krieg. Ey, das bist du, Lea? Hey, was soll das? Haha, nimm das. Ich habe hier krass Rüstung bekommen. Junge, ey, reicht jetzt langsam. Reicht jetzt langsam hier. Wir verlieren. Ey, die will, dass ich verliere, Leute. Die will, dass ich verliere. Hier, boom, Alter mit der Kanone. Aua, aua, aua. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ey, was soll das? Nimm das. Lass mich in Ruhe, Lea. Das ist nicht nett. Ey, der Kampf ist doch gleich erst. Warum attackierst du mich schon? Junge, Junge, Junge. Noch besser wirst. Ich werde all deine Lucky Blöcke stehlen. Nein, das kannst du nicht machen. Hey, warte ab. Oh, Mann, Leute, der zeig ist. Ey, der Kampf ist erst gleich. Warte mal, wir dürfen uns gar nicht attackieren. Das ist unfair. Hey, du klaust meine Sachen. Weg, Dallir. Oh, hey. Raus hier. Bo, 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 bo. Ey, richtig noch. Ey, der Kampf ist später, der Kampf ist später. Chill, 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 chill. Na gut, Uri. Aber jetzt hast du zumindest einen Vorgeschmack bekommen. Ja, Vorgeschmack hin oder her, Junge. Ich werde dich eh gesiegen, Alter. Keine Chance. Oh, was haben wir hier? Lucky Portions. Lass die mal werfen. Oh, die geben uns gute Effekte. Okay, das kann ich auf jeden Fall mal mitnehmen. Ey, hier vorne haben wir auch irgendwas Krasses in der Kiste. Aber wie kriege ich die Kiste auf? Oh, ich habe die einfach mit der Hand aufgemacht. Nur meine Hand ist so OP geworden. Schaut euch das mal an. Ich kann einfach hier alles aufmachen. Jo, hier sind recht krasse Sterne drin. Hä? Ich glaube, die können irgendwas Krasses. Warte mal, die müssen wir auf leer werfen. So, zack. Und? Brr, ich habe mich getroffen. Warte mal, ich nehme mal die ganzen Sterne hier raus. Die sind, glaube ich, ganz gut. Explosive Star. Der ist auch krass. Die Hose bringen wir mal weg. Die haben wir zweimal. Icy Froh Stars und Flaming Stars. Ey, Leute, diese Sterne sind, glaube ich, richtig krass. Die werde ich gleich benutzen. Ey, Luke, was soll das, Junge? Hey. Luke, Alter, ich habe es gesehen, Alter. Du hast mich abgeworfen. Ich habe es ganz genau gesehen, Junge. Ja, beeil dich mal hier. Ich bin schon fertig. Okay, ich bei mich, ich bei mich, ich bei mich. Und... Ey, nein, 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 nein. Ich habe ganz schlechtes anbekommen. Was soll das denn? Oh, nein, ich muss essen. Junge, was ist das? Ich habe ein Unglück. Ganz am Schluss habe ich noch Unglück, Alter. Was soll das? Oh, Mann, Freunde. Das kann doch nicht wahr sein. Freunde, schnell weiter, weiter, weiter. Ich habe etwas Gutes bekommen. Ich habe etwas Gutes bekommen. Oh, let's go, Leute. Das ist okay. Das ist... Oh, nein, das ist gar nicht okay. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Runder mit euch. Runder mit euch. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Wie schwindelig. Oh, Luke. Ey, was soll das? Junge, Luke will jetzt auch noch hier ein bisschen Karma gleich bekommen, ne? Ey, du wirst gleich sehen, Luke, ne? Ich werde mit dir Sand anstellen, bis du gar nicht wissen, Alter. Ja, ja, ich habe vielleicht keine gute Rüstung, aber ich habe so gute Waffen, das weißt du gar nicht. Echt? Ey, okay, dann bin ich echt gespannt, was du gleich hast. Ich trinke mal hier die ganzen Tränke, Leute, die ich hier bekommen habe. Die scheinen anscheinend ganz gut zu sein. Ey, ich habe meine Tränke weggespringen. Ist das denn ernst? Babybuch, was geht ab? Boom, Leute. Irgendwas Gutes noch? Ich muss irgendwas Gutes noch bekommen. Hä? Ich habe ein Schwert bekommen. Und das ist sowas von krass. Alter, ich habe dein Schwert. Leer, du bist nämlich die Einzige mit dem krassen Schwert. Und hier vorne ist mein Snow-Golem. Let's go. Ah, Hilfe. Okay, jetzt habe ich nichts mehr Gutes bekommen. Was ist das denn? Okay, Leute, noch ein paar Lucky Blöcke. Dann machen wir einen epischen Fight. Noch ein paar Lucky Blöcke. Noch ganz, ganz wenige. Und ich sehe gar nichts mehr. Was geht ab? Hä? Wo bin ich? Bin ich überhaupt noch in eurer Dimension? Hallo? Hallo? Äh, ja, aber du bist unsichtbar. Geht's dir gut? Mir geht's gar nicht gut, Alter. Yo, okay, jetzt sehe ich wieder. Leute, noch zwei Lucky Blöcke. Kommt schon. Haha, ich bin fertig. Oh nein, ich muss auffällig werden. Und bumm. Oh, warte mal. Kriege ich irgendwas Gutes noch? Oh, nee, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, Leute. Diamanten sind cool, aber die brauche ich jetzt erstmal nicht. Oh, hier vorne ist es noch irgendwas Gutes. Was ist das denn hier? Ganz viele Lucky Blöcke. Kommt schon, alle öffnen, alle öffnen. Hä, was ist das hier unten? Was ist das hier unten? Warte mal, ich habe irgendwas Gutes bekommen, Leute. Launch? Voll. Und hier vorne, Tränkel. Lucky Tränkel. Let's go, lasst uns die direkt werfen, Freunde. Wir werfen ganz viele Lucky Tränkel. Oh, Leute, ich würde sagen, damit haben wir alle lange Blöcke geöffnet. Wir sehen uns in der Arena. Yo, Alter, die kämpfen ja schon. Ey, Freunde, ich trinke jetzt noch hier vorne diesen richtig krassen Trank. Epic Trank, Leute. Mal schauen, was ich bekomme. Na los, nimm das, Lilly. Alter, die kämpfen ja schon, Leute. Die kämpfen ja schon. Warte mal, gleich bin ich dran, Alter. Ich möchte mich da gleich ein, so richtig eklig. Und dann komme ich hier hinten. Ah, nimm das. Was? 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 Alter, Lilly, was hast du denn für ein Schwert? Ah, ich dachte nur, weil ich arm bin, dass ich kein krasses Schwert habe. Aber schaut mal hier, ich habe das krasseste Schwert. Bruder, wer wird gewinnen? Alter, jetzt reicht es aber. Komm her, Lilly. Oh, da. Let's go, Angriff. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Sie trifft mich nicht, sie trifft mich nicht. Haha, Lilly, guck mal, ausgewichtigt. Und boom, Spinnennetze. Wow. Oh nein, oh nein. Warum kann ich nicht mehr fliegen, Leute? Ich kann nicht mehr fliegen. Hilfe, Hilfe. Komm her. Boom, let's go, nimm das. Okay, du wirst niemals gewinnen. Ach, werde ich. Nimm das. Boom. Oh nein, oh nein. Sie ist so gut, Leute. Wie kann Lilly so gut sein? Du hast doch nicht mal krasse Sachen, hä? Das macht nicht mal Sinn, Leute. Okay, so, zack. Ey, Hilfe, Hilfe, ich steck fest. Ich steck fest, Alter, was geht jetzt ab? Oh nein, oh nein, oh. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Äh, Uckri, ich bin auch gestorben. Wir hätten jetzt gewonnen. Äh, keine Ahnung. Warte mal, du bist auch gestorben? Sind wir gleichzeitig gestorben? Ey, Leute, wir brauchen irgendwie ein Replay oder sowas. Habt ihr irgendwie gesehen, ob Lilly vor mir gestorben? Ich weiß gar nicht. Ich habe sogar eine gute Idee. Lasst uns mal in den Chat schauen, was steht denn dort. Lilly was killed by magic. Und Uckri tried to swim in Lava to escape Lilly. Warte mal, Lilly, du bist vor mir gestorben, steht da. Du bist vor mir gestorben, steht da. Okay, hat gewonnen. Let's go, ich habe gewonnen. Oh Mann, ich wollte gewinnen. Haha, ich habe... Hilfe, oh, was geht da ab? Okay, Freunde, ich würde sagen, lasst ein Like da, abonniert, aktiviert die Glocke. Hilfe, ne, lasst mich in Ruhe. Hilfe. Runter hier, runter hier, runter hier. Zack, jetzt bin ich weg, Leute. Abonniert die Glocke, aktiviert die Glocke. Schaut gerne auch bei meinen ganzen Freunden vorbei. Schaut bei Luke vorbei, der hat es richtig heute... Denen hat es richtig schlimm getroffen, der ist die ganze Zeit gestorben, 10 Mal oder so. Unbedingt ihn oben in der Videobeschreibung abchecken. Und Leute, drückt hier vorne auf die nächste Folge, falls ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann hier vorne auf die nächste Folge drücken. Schnell, bevor dieser Stern mich treffen will. Und bumm. Ups. Ciao, ciao, Leute. Ihr seid die Besten. Das war's mit dem XXL LuckyBlock-Rennen.